Drei, zwei, eins, los! Achtung, also wir haben euch einen Aufsatz. Noch ein Eifel, noch ein Eifel. Jetzt kommt es rund. 30 Meter, 35 Meter, 4 Meter, 3 Meter, 2 Meter, 3 Meter, 0 Meter. Jetzt schauen wir mal, 30 Maßbügel, 10 Prozent mehr wie... Und jetzt sagen wir noch, Herr Kugelnbecker, jetzt geht Ihre Auskunft an. Das ist ein Eifel, das ist ein Eifel.